also du kriegst sagen wir mal im durchschnitt pro match eigentlich so 200 300 400 match score vielmehr so unter jahr ist nämlich bei 200 ungefähr pro spiel ja das problem ist natürlich wie gesagt du bist gerade in den tiers ein bisschen hochgezogen weil der mit mir da zusammenspiel ist musste jetzt länger meine tarnung angucken jetzt bin ich wirklich absolut eisig einfach ich habe gerade den den meinen an jetzt liebevoll gettling getauft worden der mac okay du weißt was das heißt gettlingern ja ich weiß dass du da vier rektus drin hast ich weiß ich hab's dir schließlich empfohlen war ich glaube ich bin mittlerweile einfach so der altvater der mac oder der mac bild du bist schön dass es bh mäßig unterwegs ich bin einfach eisig ich bin verdammt eisig also dass ich bin tatsächlich von so also adern durchzogen also das ist noch so als eigentlich weiß nur das ein helleres blau dann dazwischen für eine eis map bin ich auch genau richtig getan ja also die ssb h dann ist natürlich für eine eis eigentlich gut das beide mit zwei ihr medium laser vor jungen die sommer für die flinte kommen die kaufe ich mir ich finde es übrigens super und das meines nur vier small puls ist jetzt natürlich nicht die welt aber dass die fahrt also kommt fast komplett heat neutral sind fast ja ich glaube ich muss für das ding irgendwann auch noch mal kaufen das ist gerade gewinnig bischof ne ich bin nicht bei dir at least the lands in the tunnel weiß aber warum ist immer mein bein offen alter was ist das habe ich keine bein aber darauf oder wie ist schon wieder selbe bein wie im letzten match offen wenn jemand dagegen gestoßen nein es ist offen wenn ich mir die beiden arme mal anschauen es wird eine lands im tunel ja eine lands im tunel ich wollte gerade schon durchgeben also wenn ihr jetzt pusht don't pick the tunnel there's one land in the tunnel so if you push like the main force right now they're probably at most like eight max there you can get them they're pushing out of the tunnel enemy uv above delta and better und da ist der tiger das ist ganz gut für fire support ja der muss ein bisschen was gegeben und da sind die enemy uv above d exists dann Danke, Leute. Ich liebe dich. danke alter so kann ich schießen wenn er meine freunde in der feuerlinie rennt pin auf Okay. Marauder 2 has only lumps. Close in to get into range. New target acquired. Target destroyed. New target acquired. Target destroyed. Das wäre der Moment gewesen wo ich die ganze Zeit nur aus Cockpit gezielt hätte. Okay. Guck dir meine Beine an ey. Ich verstehe es nicht du siehst dass da einer mit Dreck sonst irgendwas in den Tunnel rein haut und rennst immer vor die Feuerlinie. Ja. Die wollen halt peaken und ihren Damage auch kriegen. Ich habe übrigens zwei Kills. Weißt du was ich habe? Einen Quitmatch habe ich hier. Das sehe ich ja. Oh. Bei dem User lege ich mich auf jeden Fall nicht an. Es ist keiner wahrscheinlich mehr im Tunnel oder? Ich glaube die sind rausgepusht. Okay. Junge der Mad Dog sieht saftig aus. Du nimmst mein Bein ich nimm dein Leben. Du nimmst mein Bein. Du nimmst mein Bein. Naja also ich bin sowieso praktisch tot. Aber ich habe auch drei Kills. Also weißt du mehr kann ich in dem Final Starter jetzt auch nicht die ganze Zeit machen. Weißt du ich muss jetzt einfach über offenes Strain pushen. Also ich muss quasi warten dass die hier sind. Warhammer, da ist eine Linie dahinter. Ich finde das lustig dass die mich ignorieren. Ich bin absolut in Gefahr. Ja. Als ob wir den gewonnen haben. Oh boy. Die hatten mich nicht ignorieren dürfen. Hast du das gesehen wie ich dem Usiel die Beine weggeschossen hab? Ne da war ich schon draußen. Ah schade. Ich kann dir die Aufnahme zeigen. Ich habe 4 Kills, 560 Damage. Alter. Ich kann dir die Beine weggen.